Die neue Staffel beginnt damit, dass wir herausfinden, dass es womöglich nicht der Fall ist. Die Liebe bröckelt ein wenig. Die Frische aus der Zeit, als man einfach verliebt war, ist vergangen. Und jetzt bemüht man sich um ein gemeinsames Leben. Aber das bringt alle möglichen Probleme mit sich. Und wir versuchen uns, ihnen ernsthaft und mit einer gewissen Hoffnung und heroisch zu stellen. Und das ist einfach hart. Sehr hart.